Rund 50 Pferde leben auf dem Hof der Familie Möckli. Von der Planwagenfahrt bis zum mehrtägigen Reitlager bieten sie alles an. Jakob trifft sich mit Ruhr die Zahne. Dieser führt als Coach Seminare für Manager, Spitzensportler und Trainer durch. Ralf Krüger, Köbi Kuhn, Tranquillo Barnetta, alle waren sie schon da. Mit dem Pferd zu arbeiten, braucht Überwindung. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass einer am Anfang kommt, was wir auch erlebt haben, dass er sagt, also ich will nicht auf das Ross hochsteigen. Und im Verlauf des Tages steigt er plötzlich freiwillig auf das Ross hoch. Es kommt zu einem leichten Traben, es kommt zu einem Galopp und plötzlich merkt er, dass wenn das Vertrauen da ist, dass es keine Grenzen nach oben gibt. Ole! Ole! Jakob! Ole! Gut, okay, runter geht's.